Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Video in dieser Videoreihe zum Mathematik macht Freunde Arbeitsblatt Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Im vorigen Video haben wir das erste Mal den Hauptsatz in Aktion gesehen. Ziel dieses Videos ist es nun, dass wir so richtig zu schätzen lernen, wie viel Arbeit uns der Hauptsatz eigentlich wirklich abnehmen kann. Dafür betrachten wir zunächst das folgende Beispiel. Und zwar ist hier der Graph einer Funktion f gegeben mit der Vorschrift f von x ist gleich e hoch x weniger 3 mal sin von x plus 1. Markiere nun links eine Fläche, deren Inhalt mit A gleich das bestimmte Integral in den Grenzen minus 3 und 1 von klein f von x dx berechnet wird und der Mittler eine Stammfunktion groß f von klein f. Ein kleiner Tipp, Stammfunktionen finden bedeutet meistens aufleiten, also das Gegenteil von ableiten. Pausiere kurz das Video, wir werden uns danach über die Ergebnisse unterhalten. Gut, die Fläche, deren Inhalt mit diesem bestimmten Integral berechnet wird, habe ich links in der Grafik rot dargestellt. Zum zweiten Punkt, wir wollen nun eine Stammfunktion groß f von klein f finden, also wir wollen eine Funktionsgleichung hinschreiben können. Dafür, wie schon im Tipp erwähnt, müssen wir die Ableitungsregeln umdrehen. Daher kommen unsere ganzen Regeln fürs Integrieren. Das bedeutet, wir können wieder Schritt für Schritt, so wie beim Differenzieren, vorgehen und als allererstes den Ausdruck e hoch x betrachten und uns überlegen, welcher Ausdruck ergibt abgeleitet e hoch x. Dadurch, dass sich e hoch x beim Ableiten nicht verändert, ist das in dem Fall auch einfach wieder e hoch x. Wir machen weiter und betrachten als nächstes diesen Ausdruck hier. Wir wissen, dass Sinus abgeleitet Cosinus ist und dass Cosinus abgeleitet Minus Sinus ist. Also wenn wir hier oben Minus 3 mal Sinus x haben, könnte das aufgeleitet bedeuten, dass wir für die Stammfunktion plus 3 mal Cosinus x schreiben können. Überprüfen wir das ganz kurz. 3 mal Cosinus x abgeleitet. Der Dreier bleibt so wie er ist und Cosinus abgeleitet wäre Minus Sinus. Also passt's. Plus 1, dafür müssen wir nun aufgeleitet schreiben x, denn x abgeleitet ist 1 und damit haben wir eine Stammfunktion gefunden. Bei drittens sollen wir jetzt nun Groß A mit dem Hauptsatz berechnen. Wir haben nun eine Stammfunktion, in die wir einsetzen können. Das bedeutet, wir können wieder eben, wie schon erwähnt, den Hauptsatz verwenden und Groß A berechnen, indem wir schreiben Groß F von 1 weniger Groß F von Minus 3. Nun können wir uns in unsere Funktionsvorschrift einsetzen und dafür kannst du natürlich gerne den Taschenrechner verwenden, denn die Werte sind jetzt nicht mehr so schön ganzzahlig wie vorhin und wir erhalten für Groß F von 1 5,339 und noch weitere Nachkommastellen und dann Minus und für Groß F von Minus 3 erhalten wir Minus 5,920 0 und noch weitere Nachkommastellen Das bedeutet, wir erhalten insgesamt einen Flächeninhalt von 11,25 und noch weitere Nachkommastellen Warum das Ergebnis, das wir hier erhalten, nicht von der Wahl der Stammfunktion abhängt, werden wir in einem späteren Video noch genauer besprechen. Der Titel dieses Fensters lautet Untersumme, Obersumme, Verfeinern, Grenzwert oder ein Fingerschnipsen mit dem Hauptsatz Das kommt daher, dass wir sonst das bestimmte Integral so einführen, dass wir Untersummen und Obersummen betrachten, diese verfeinern und den Grenzwert davon dann anschauen und der Grenzwert davon wäre dann eben das bestimmte Integral. Man kann so natürlich tatsächlich auch bestimmte Integrale ausrechnen. Dafür möchte ich dir das Arbeitsblatt integrieren wie Fermat ans Herz legen. Das findest du unter dem Reiter zusätzliche Materialien. Hier geht es uns jetzt darum, dass wir, wie ganz am Anfang des Videos erwähnt, zu schätzen lernen, wie viel Arbeit uns der Hauptsatz eigentlich abnimmt. Denn wir sehen, viel Arbeitsaufwand war das nicht und wir haben sehr schnell den Wert des bestimmten Integrals bestimmen können, ohne irgendwann auch nur das Wort Untersumme oder Obersumme in den Mund zu nehmen.